Einfach unterwegs sein. Seit 1973 ist dieses Motto der Tischer Freizeitfahrzeuge GmbH ein Garant für zufriedene Kunden. Unsere Kabinen sind individuell auf Ihr Fahrzeug und Ihre Bedürfnisse angepasst. Vom ersten Entwurf bis zur fertigen Kabine planen und realisieren wir Ihre Wünsche. Bei unserem Credo Reisen Sie individuell, sind unsere Kunden der Gradmesser für Komfort und Unabhängigkeit. Bei uns stecken die Unterschiede im Detail. Unsere Seitenwandfertigung in moderner Sandwich-Bauweise sorgt für enorme Stabilität. Gleichzeitig sorgt sie für geringes Gewicht und hervorragende Isolationseigenschaften. So sind Sie bei Hitze oder Kälte bestens geschützt. Als mittelständisches Traditionsunternehmen legen wir besonderen Wert auf eine handwerklich hochwertige Produktion. Besonders das Interieur unserer Kabinen liegt uns am Herzen. In unserer hauseigenen Manufaktur fertigen wir präzise abgestimmte Möbel. Diese Möbel stehen sowohl für Funktionalität wie auch für Wohlfühlcharakter. Auch unsere Rohstoffe beziehen wir hauptsächlich aus der Region. Unser handwerkliches Know-how gibt uns so die Möglichkeit, jede Kabine individuell auf Ihre Wünsche anzupassen. Rund 140 Kabinen verlassen jedes Jahr unser Firmengelände. Jede davon ist von Hand gefertigt und natürlich mehrfach geprüft. Auch im Innenbereich bieten wir Ihnen jeden Komfort, den Sie im Urlaub benötigen. Unsere einzigartigen und großzügigen Bettenmaße sowie das spezielle Klappwaschbecken sorgen für mehr Platz und Bewegungsfreiheit. So wird Ihr Urlaub zum Wohlfühlerlebnis. Das Auf- und Absetzen unserer Kabinen ist auch für Laien ein Kinderspiel. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern ermöglicht die Bauweise unserer Kabinen die Nutzung als Kabinenfahrzeug und als vollwertigen Pick-up. Übrigens, den Traum vom großen Abenteuer können Sie auch mieten. Also, erfüllen Sie sich Ihren Traum von Freiheit und Abenteuer. Wir begleiten Sie gerne dabei. Vielen Dank.